Einen Rufbach. Einer K.O. Genau. Ich stehe nur im Feuer, der legt die wieder. Was schlägt denn mir zu, wenn ich schieße? Zwei, zwei, zwei. Noch Einer. Lobo auf dem Dach ist noch Einer. Hier kommt Einer, hier kommt Einer. Unter Erflogen hier. Oben noch zwei Leute. Einer habe ich. Wasser. Sehr schön. Schön. Wanderbar. Beauty. Klauen sich einen Drop dahin. Reicht noch nicht ganz wahr, ich krieg mal ab hier. Na doch reicht. Doch reicht. Doch reicht. Doch. Achso. Das ist schon mal gut. Gut. Schmecken wir. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Ne Drohne. Wollte auch schon reichen war. Reicht da. Dann lassen wir die Drohne noch ein schneller. Ich kann fliegen. Prism. Oh. Oben auf dem Dach. Ja. Ach. Ja. 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 Da hast du mal gerettet. Dieser Bug. Hier ist einer auch schon bei uns. Hä? Oh mein Dach ist er noch. Ja. Wie kann das sein? Oh. Von der anderen Seite auch, Freunde. Oh. Bin ich eigentlich wirklich. Hallo jetzt. Krass. Oh, nev. Den hab ich hier unten. Ene auch noch oben auf dem Dach und im... Von der anderen Seite kommen sie auch von den Zelten. Hm. Unten ist auch noch einer. Ja. Den drone-down. Ey, fuck. Die Hammer. Halt es mal jetzt hier. Ja. Cool, fuck man! Hier in der Ecke, Hockta. Rennt vielleicht rechts, wenn man reinkommt. Jetzt guckt er aber an die Tür ran. Jetzt guckt er durch. Jetzt geht er wieder nach rechts. Warte mal kurz, bis wir wiederkommen zumindest. Ja. Was schneidet dafür los? Alles gut. Ja, sind alle. Nein, hab den Dauer hier drüben. Du bist tot, ganz genau. Das ist reile nicht. Der liegt schon wieder tot. Oben sind es zwei Stück. Jetzt restet er da hinten. Nicht verkacken jetzt. Er hat gut angefangen. Aber wir brauchen da eigentlich nicht mehr hin. Da oben sind die. Ja, ich würde noch mal zum Dorf, wenn ich jetzt rin komme. Der liegt ja da hinten. Ja, genau. Den können wir da ansonsten. Wir probieren, ob er da oben noch eins hier holen kann. Oh, mal einen Podwickler holen. Ja, kurz neu formieren. Da war zwei Teams da. Oh, komm. Ich will einfach nur den Kill da haben. Schreib mir den Kill. Schreib doch den da. Oh, der Franz. Der Franzmann wollte mich erschlagen. Und hat sich aber vorher die Beine gebrochen. Schade. Sehr gut. Der läuft da. Einfach. Mann, ich habe hier nicht mal ne fucking Platte, ey. Den habe ich, der da gelaufen ist. Feinden nähert sich. Sichtkontakt. Ah ja. Kann man vergessen. Arschloch. Was für ein Arschloch, alter. Was hat der denn gedacht, bitte? Ist schon wieder einer gelangt. Oh, er rennt nicht durchs Fenster durch. Kommt von. Bypassing, hinter dir. Uff. Zeetalama. Geht hier außen rum. Ist jetzt hier. Eine Sekunde. Jawohl. Richtig. Schon richtig. Ja. Sorry. Ich habe den Skin nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Über dir. Auf dem Dach sind zwei Leute noch. Ich habe halt keinen Plan oder sowas. Auf dem Dach sind zwei noch. Wir müssen irgendwie wegkommen, bevor die Zone kommt. Sonst sind wir tot wahrscheinlich. Denke ich mal. Ah, wir müssen irgendwie zum Headcourt darüber. Zum Headcourt darüber, ja. Wenn ich riskiere es mal, ist ja noch Rebirth aktiv. Das Unterstoß noch. Ah, hier ist kein Shop. Ja, jetzt ist hier kein Shop. Deswegen wird er wahrscheinlich zumindest Kinder sein. Immerhin ein Vorteil mal. Aber ist ja schon mal gut, genau. Hier sind Steps für mich. Genau, drüben. Und ich. Oben. Oben. Er kommt jetzt rüber gepusht wahrscheinlich. Oma Fenster. Na gut, egal. Das kann alles gut sein. Drei Leute. Kommt runter. Da. Ja, deswegen. Er hat Schatzsensor war. Ach komm schon. Na ja, eine Platt. Ach man ey. Klappt. Klappt. Sehr gut. Vielleicht mein Living Core das noch mal probieren. Nein, da sind sie schon. Ne. Alles klar. Ja. Ich muss da irgendwo hin. Dann haben wir noch ein Netty. Ne. Nicht ganz. Ich versuche bei Pasi in der Nähe zu landen hier. Auf den Himmel ab. Ich bin im Haus. Nicht weit weg. Ich habe auch null Stuff. Ich komme zu Pascal. Ich gehe zu Pascal runter. Ich glaube das ist ganz gut hier. Mhm. Zehn seien dann hier nicht gleich. Ne. Zehn Pilz Digga. Nicht schlecht. Ich weiß nicht mal mit den und der besseren Runden. Aber das ist. Hier ist nichts weiter. Warum bist du hier noch drin? Mh hab keine Waffen. Also notet hier die Pisse. Das ist ja auf sich spüren. aus dem bau und hier ist scheiß an den spot er landet perfekt werden natürlich jungen laut von den kindern vielleicht sehe ich jetzt recht aufgabe das ist ja aus naja das ist natürlich echt übel das hier in dem haus sind so viel frei drinnen gar nicht in das haus um den gehen ich würde warten dass er rauskommt es ist mal hier warten glaube ich wo da oben steht denn offenbar markiert schildbreak schon bei mir kommen jetzt ein paar roberdenkung gleich hinter dir welche das war das team da müsste jetzt doch sein wenn er da hoch gehen wollte er hat keine platz ein bisschen ar munition robert doch hier ja hier hier komplett gegner weg hier oben ist der vorstufall kräfte mich so weg drücken könnte er meine waffen haben oder er kommt gleich nach oben wenn der müsstest du das machen robert ich bin hier gerade probiert gleich gab eine maske ich bin hier im beschuss übelst da oben sind ich bin nicht schlecht als der letzte zeit in die stimmel nicht hinter die hinter die ja damit genau habe ich dadurch auch totenstelle eigentlich weißt du das ein bisschen ja muss sie drückt halten aber du bist unfassbar schnell denn am laufen hast du auch noch eine gasmaske schade mann zwischendurch ja das war mein killrekord schweige dinge scheiße der hat eine ffhr der typ da am ende den ich da oder den wir da platte gemacht haben mit ganz der team die ffhr war total gut spielen jetzt auch wieder viele mann ich bin irgendwie nicht so auf der höhe ich treffe irgendwie nischt also also in schmerzern und vorerstern trotzdem hätten wir hier wirklich hoch